Lesen, Spielen, Texten, für viele tägliche Routine und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jeder zehnte Verkehrsunfall in Deutschland wird durch Ablenkung verursacht. Guten Tag, wir haben Sie angehalten, weil Sie während der Fahrt Ihr Mobiltelefon benutzt haben. Hand aufs Herz. Dass man während des Fahrens nicht telefonieren darf, wissen Sie. Aber was gar nicht geht, ist das Bedienen des Smartphones während der Fahrt zum Beispiel zum Texten. Das ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Oder verbinden Sie sich während der Fahrt auch gerne die Augen. Weil es so gefährlich ist, verwergern Versicherungen im Schadensfall gerne die Regulierung. Und selbst wenn nichts passiert, wir sind auch noch da. Und unser nicht verhandelbares Startgebot liegt bei 60 Euro und einem Punkt. Wer kennt das nicht? Bing, eine SMS kommt rein. Gerne auch mal, wenn man gerade am Steuer sitzt, da will man die natürlich trotzdem beantworten. Ist das eigentlich gefährlich oder kann man das machen? Das wollen wir heute testen, und zwar mit dem Daniel von der Firma Ergoneers. Das ist unsere Blickerfassungsbrille. Die hat drei Kameras. Eine Feldkamera, die dein Blickfeld filmt. Und zwei Kameras, die jeweils ein Auge filmen. Und damit können wir dann bestimmen, wann du während der Fahrt wo, wie lange hinschaust. Alles klar. Was war das denn? Mann, ey. Du hast dich jetzt zehn Sekunden lang mit dem Handy beschäftigt. Was glaubst du, wie lange von diesen zehn Sekunden hast du nicht auf die Straße geschaut? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht vier Sekunden? Nein, es waren sogar mehr als doppelt so viele, nämlich neun. Neun von zehn Sekunden. Ich habe doch immer wieder hochgeschaut. Während der Fahrt habe ich echt gedacht, ich hätte alles unter Kontrolle. Aber wenn man das mal auf den Stadtverkehr überträgt, dann hätte ich von 100 Metern 90 Meter mit geschlossenen Augen zurückgelegt. Also beim nächsten Mal später lesen, später antworten oder einfach mal ranfahren. Ich hatte nichts unter Kontrolle.